Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Dienstag, den 12. Mai. Es ist 18.56 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Mein Name ist Christian Stegel und hier geht es um den Stenpour 500. Den hat er jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr, deswegen ist der jetzt wieder dran. Vor euch liegt der Chart, eine Kerze, eine Woche und ich mache ihn mal ein bisschen größer, dass man den schöner sieht. Voilà, wir haben von diesem Hammer, den wir hier unten hatten, am 23.03. haben wir uns sehr schön von 2.190 erholt bis zum 61,8er Retracement auf 2.937. Das ist eine ordentliche Bewegung. Wie fast alle Indizes weltweit ist es so, dass der erste Teil der Bewegung schnell war und jetzt mehr oder weniger seit Mitte April wir in so einer Seitwärtsphase sind. Die dauert jetzt schon vier Wochen. Ihr seht, wie die Bänder enger geworden sind. Das ist weit, das ist eng. Wir hängen eben an diesem 61,8er Retracement, aber es ist auch ein Doppeltop. Einmal hier, einmal da. Da liegt auch das obere Band in der Nähe. Das ist nur unwesentlich über dem momentanen Kurs. Darüber haben wir bei 3006 die 200-Tage-Linie. Ich gucke da ja nicht so drauf, aber warum nicht gehört in diesen gesamten Bereich. Und erst dann geht es weiter mit 3.120. Das sind diese Highs hier. Das heißt, vor dem Hinterpluck eines völlig neutralen MACDs, eines ganz leicht überkauften, aber nirgendwo zur Schwäche neigenden Oszillators über die Slow Stochastic ist der Markt okay. Aber der muss jetzt irgendwas machen. Dieser Chill-Modus, der ist zu lange. Er muss jetzt dieses Doppeltop, das muss er jetzt hier mal rausnehmen. Bei rund 2940. Das muss mal raus, weil je länger das dauert, das rauszunehmen, umso eher wird hier unten der Oszillator nach unten drehen. Das heißt, der Chart ist wichtiger, aber jetzt ist auch eine Frage des Timings, der Geschwindigkeit. Für die Leute, die davon ausgehen, dass wir hier drüber gehen, habe ich einen Schein mitgebracht mit der Basis 2773. Da sind wir also unterhalb dieses 50er Retracements, unterhalb des letzten Verlaufstiefs hier. Und das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GC3-BLJ. GC3-BLJ. 2723,60. Der kommt für mich dann in Frage, wenn wir das Doppeltop-Mitschlusskurs rausnehmen. Wobei ich auch hier glaube, das Potenzial bis zu 200-Tage-Linien sind 60 Punkte. Ach, so viel ist das auch nicht. Da muss irgendwie mehr kommen. Und ich glaube es nach wie vor nicht, dass da mehr kommt. Gucken wir mal nach dem Short. Ein Short sollte meines Erachtens nach direkt hinter der 200-Tage-Linie sein. Ja, die ist nochmal bei 3006. Und sowas hier, das passt. 3079, ja, sind wir 70 Punkte dahinter. Ich denke, das ist okay. Das sind 2%, das kann man machen. Das ist ein 20er Hebel, ebenfalls von Goldman, ebenfalls unlimitiert. Also Open-End. CH0LAU. CH0LAU. Das ist eine Möglichkeit. Der kommt bei mir jetzt erst dann in Betracht, wenn wir hier unter dieses letzte Verlaufstief gehen, unter die 2794. Hier ist Geduld gefragt. Ich habe kein echtes Signal. Ich muss ein bisschen warten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye. Ciao. Ciao.